Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Am 19.04.2023 ist es endlich soweit. Wir kriegen die zehnte und somit finale Folge der dritten Staffel von Star Trek PK zu sehen. Wir hatten vorab die Gelegenheit, diese Folge schon sehen zu können. Das heißt, wir können hier einen Tag vorher aufzeichnen, was für crazy Gedankengänge wir zur dritten Staffel hatten, wie uns das Finale gefallen hat und was wir vielleicht generell zu Star Trek noch so sagen wollen. Wir, das bin in dem Fall nicht nur ich, der Andi, guten Tag. Nein, ich habe mir hier auch wirklich die Brückenoffizierin, die Nummer eins des Tele-Stammtischs mit dazu geholt. Unsere durch und durch Star Trek-Expertin. Hallo, Britt-Marie. Das ist nicht untertrieben, denn du hast ja auch unter anderem einen eigenen Star Trek-Podcast, richtig? Ja, ich habe den Podcast Track-Expertin zusammen mit ein paar weiteren Trackies und wir haben jetzt jede Woche brav durch die Staffel hinweg zu jeder Folge auch gepodcastet und ich war super neugierig, wie es zu Ende geht und war ganz glücklich, dass ich dann jetzt ein bisschen früher schon reingucken konnte, um zu sehen, wie die Staffel dann das Ganze zu Ende bringt. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen auch aus deiner Perspektive. Die dritte Staffel unterscheidet sich ja nochmal gravierend von den ersten beiden Star Trek PK. Wir haben, glaube ich, die erste hier auch beim Tele-Stammtisch mal besprochen und das Ganze hier soll ja letztlich so eine Art Staffel-Recap werden. Das heißt, wir gehen nicht so sehr ins Detail, in die einzelnen Folgen, fischen uns also nur Dinge raus, auf die wir eben insbesondere reingehen möchten. Wer da ein bisschen mehr hören möchte, der ist, glaube ich, bei TrackGasm, bei eurem Star Trek-Podcast besser aufgehoben. Aber vielleicht kannst du für uns und auch für das Publikum so ein bisschen erstmal einordnen, wie war so dein Stand zur dritten Staffel Star Trek PK? Was hast du erwartet? Was wusstest du schon vorher? Hm, alle, es gibt ja drei Staffeln, das ist die dritte Staffel und alle drei Staffeln, fand ich, waren sehr unterschiedlich. Man hat gemerkt, dass für die entsprechenden Staffeln immer ein anderer Showrunner zuständig war und es fühlte sich ein bisschen so an, als ob jeder Showrunner ein eigenes Bild im Kopf hatte, wie denn TNG, nachdem es ja dann abgesetzt war, im Fernsehen und fertig war im Grunde, denn hätte weitergehen können. Und so auch Terry Matheiler ist der Showrunner jetzt für diese dritte Staffel, der sehr aktiv ist auf Twitter auch zum Beispiel, wo ich tatsächlich auch immer noch bin und der auch immer schön im Vorhinein geteasert hat und die Leute neugierig gemacht hat auf diese dritte Staffel. Und man wusste ein bisschen was. Also man wusste, dass es vom Dreh her alles in einem Rutsch gedreht wurde, also Staffel zwei und drei gleichzeitig. Man wusste von der einen oder anderen Figur, die in der dritten Staffel auf jeden Fall auftauchen wird und man wusste auch schon im Vorhinein, wer wahrscheinlich eher nicht auftaucht. Und das hat sich im Grunde dann so bestätigt und Terry Matheiler hat gesagt, er möchte mit dieser dritten Staffel PK im Grunde die achte Staffel TNG machen. Ja, und das war dann auch so. Das heißt, es sind die alten Helden zurückgekommen und haben wieder miteinander gespielt und Abenteuer gelöst. Und da war es natürlich spannend zu sehen, was er sich eben für die Figuren ausgedacht hatte und wie er der Meinung war, dass die Charaktere sich weiterentwickelt haben. Denn es gibt tatsächlich in dieser dritten Staffel, genauso wie in der Echtzeit, einen 30-jährigen Sprung. Das heißt, vom Ende TNG-Serie bis heute sind ungefähr 30 Jahre vergangen. Und das ist auch in Kennen dann so. Ja, und genau darum geht es. Also ich überlege gerade, also wir spoilern ja hier, wir können ja hier spoilern, ist ja kein Thema. Es geht im Grunde darum, dass PK zu Hilfe gerufen wird von Beverly, mit der er 20 Jahre keinen Kontakt mehr hatte und dann dadurch kopfüber in ein Abenteuer gestürzt wird. Und es werden so ein paar klassische, ich sag mal, Star Trek-Tropes durchgespielt. In diesem Fall wird das Trope durchgespielt. PK hat einen Sohn mit Beverly Crusher, von dem er nichts wusste. Und wie wirkt sich das jetzt auf ihn und seine Gesamtsituation aus? Und dazu kommt dann eben noch ein zweiter Handlungsstrang, nämlich es gibt die Changelings, die wir ja kennen, die Formwandler aus DS9, die hier als Bösewicht auftauchen, als Bösewichte, oder in Form von einem Bösewicht. Und sie sind hinter PKs Sohn her und man weiß aber nicht warum und wieso und weshalb. Und das versuchen wir a zu verhindern und b rauszufinden, warum. Und diese dritte Staffel, die hat sich für mich insofern noch mal von den ersten beiden Staffeln unterschieden, weil letztlich der Cast schon relativ komplett getauscht worden ist. Wer also die ersten beiden Staffeln nicht gesehen hat, könnte dem Grunde nach, finde ich, relativ stressfrei in die dritte Staffel starten. Es gibt da zum einen diese Figur Ruffy, die kann man kennen, muss man aber auch nicht großartig, weil man auch in den ersten Folgen so ein bisschen versteht, was ist sie eigentlich für ein Typ Mensch, was hat sie für eine Hintergrundgeschichte. Und sie wird meines Erachtens nicht immer ganz geschickt, aber grundsätzlich dann doch in die dritte Staffel gut eingewoben. Ja, und dann diese andere große Figur, der Sohn PKs, auch der wird ja in der dritten Staffel erstmalig vorgestellt. Alle anderen Figuren, die wir im Laufe der Staffel Stück für Stück kennenlernen, und es ist wie gesagt kein Geheimnis, die TNG-Crew kommt wieder zusammen, die kennen wir ja alle. Wir haben teilweise natürlich eine enorme Wandlung durchgemacht, da ist jetzt vielleicht ja auch die eine oder andere Beförderung einhergegangen und sagen wir mal, nicht jeder, der in den letzten Staffeln gestorben ist, muss jetzt noch zwangsläufig noch tot sein. Das sind alles so Sachen, sodass es unterm Strich klar war, wer da noch dazukommen würde. Ja, und dann haben wir natürlich noch unter anderem die Figur von Seven of Nine, von der ich ja glaube, so sehr ich sie mag, dass sie vor allem dabei ist, weil sie halt dieser riesen Fan-Liebling ist. Sie ist ja im Ergebnis somit auch die erfolgreichste Figur und bekannteste Figur nach Janeway vielleicht oder vielleicht sogar schon über Janeway, die wir aus der Voyager-Serie noch bekommen haben, sodass die und ihre Beliebtheit letztlich auf jeden Fall dafür gesorgt haben dürften, dass sie hier in der dritten Staffel auch noch auftaucht. Alle anderen Figuren, die wir jetzt hier auch natürlich alle noch nennen könnten, sind effektiv dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Auch so irgendwelche Captains, die dann im Laufe der Staffel natürlich noch Rolle spielen und so. Sodass der Kernfokus eigentlich meines Erachtens auf der TNG-Crew und vielleicht dem Sohn und Seven liegt. Würdest du mir da zustimmen oder findest du den Captain zum Beispiel von der Titan sehr wichtig? Nein, ich würde dir da zustimmen. Der Fokus liegt ganz klar auf der TNG-Crew und da natürlich auf Picard. Und da muss ich auch mal ein Kompliment machen. Ich fand, in den ersten beiden Staffeln hat der Patrick Stewart, der die Figur des Genres Picard ja verkörpert, nicht immer so überzeugen können. Machen wir uns nichts vor. Auch an ihm sind die letzten Jahre nicht vorbeigegangen. Er hat natürlich aufgrund des Alters eine eingeschränkte Mimik und eingeschränkte Gestik. Ich finde aber, von allen drei Staffeln im Vergleich, ist das hier die, wo er mich persönlich schauspielerisch insgesamt noch am ehesten überzeugen konnte und ich das alles irgendwie auch, sagen wir mal, glaubhaft fand. In den ersten beiden Staffeln fand ich es ein bisschen holprig, was er da präsentiert hat, weil er einfach, naja, es war einfach ungelenk und zwar auch tatsächlich im physischen Sinn ungelenk einiges wirkte, was ich da auf dem Bildschirm gesehen habe. Wie war denn da so dein Wahrnehmen? Anders. Ich habe, also das, was du gesagt hast, die Meinung gab es durchaus und ja, der Picard ist älter geworden. Das auf jeden Fall. Ich habe mich aber immer gewundert, die Leute, die so diesen Eindruck hatten, den du hattest, bei denen hatte ich immer das Gefühl, die erwarten sich hier einen Action-Picard. Aber hallo, der Mann ist Paar und 80. Was erwartest du da? Ich finde, vom Schauspielerischen her hat er seine Leistung auf jeden Fall mehr als gebracht. Dass er aber natürlich, klar, mit dem Alter nicht mehr so gelenkig ist und nicht mehr so, alles nicht mehr ganz so rund ist, das ist etwas, was dem Alter geschuldet ist und ich finde aber auch, der Figur gut gestanden hat, weil wir hier halt eben auch einen alten Picard zu Gesicht bekommen. Also ich fand das okay. Mich hat das überhaupt nicht gestört und ich fand auch die schauspielerische Leistung ehrlich gesagt nicht schlecht. Ich fand sie hier in der dritten Staffel besser als in 1 und 2. Das stimmt. Aber ich fand sie auch schon in 1 und 2 gut. Okay, das meinte ich. Vor allem den Verlauf der drei Staffeln, dass er hier in der dritten Staffel mich persönlich am ehesten noch überzeugt hat. Ich meine gar nicht so aufs Alter, das ist schon okay. Mir ging es tatsächlich eher um den Verlauf innerhalb der drei Staffeln und da fand ich ihn insgesamt, auch was man ihm an Dialogen gegeben hat in der dritten Staffel am mit Abstand überzeugendsten. Ja, also ich fand, die dritte Staffel hatte für mich sehr viel Licht und sehr viel Schatten. Auf der Lichtseite hatten wir tatsächlich gutes Writing. Ich fand tatsächlich, dass wir hier gutes Writing hatten mit ein paar Ausnahmen von diversen Phrasen. Also manchmal haben sie die Figuren auch Phrasen drechen lassen, wo ich daneben stand und dachte, Leute, lest ihr eigentlich, was ihr da schreibt? Hört ihr das eigentlich? Aber grundsätzlich fand ich die Ideen, die hier verarbeitet wurden, gar nicht schlecht. Aber bis auf zwei, drei Ausnahmen, die dann auf der Schattenseite gelandet sind, aber da können wir nachher noch drüber sprechen. Nichtsdestotrotz hat man aber deutlich gemerkt und ich glaube, das ist auch das, warum das so gut funktioniert hat, dass hier eben Leute miteinander gespielt haben und in dem Fall die TNG-Crew, die ihre Charaktere in- und auswendig kennen, die sind im Grunde schon lange ihre Charaktere, die beschäftigen sich 30 Jahre mit diesen Figuren und man hat halt bei allen durch die Bank weg gemerkt, dass die in ihre Rollen wieder reingeschlüpft sind, wie in so alte Klamotten und das passte alles wieder und das merkte man auch im Zusammenspiel. Gerade im Zusammenspiel, fand ich, hat man die Chemie des Castes ganz, ganz deutlich auch hier in der dritten Staffel wieder bemerkt. Und dass der eigentliche Cast zusammentrifft, das ist ja wenn überhaupt erst in der zweiten Staffelhälfte so richtig der Fall. Vorher findet vieles so an getrennten Plätzen statt, Schauplätzen statt und da vielleicht noch mal kurz dazu, wie ich die Serie, die Staffel insbesondere gesehen habe. Die ersten beiden Staffeln, die habe ich immer wöchentlich geschaut, so wie du das vermutlich jetzt auch bei der dritten Staffel gemacht hast, für eure Besprechungen, aber ich muss sagen, ich hatte, mein Fanherz hat es nicht übers Herz gebracht, jetzt jede Woche das zu gucken und das dann wirklich, die gehen ja auch relativ lang, im Schnitt so eine Stunde geht so eine Folge, das wie so ein Film oder Kapitel eines Films zu sehen und dann noch mal eine Woche drauf zu warten. Das heißt, ich habe erst vor wenigen Tagen angefangen, das Ganze am Stück durchzubinchen und so war es dann wirklich ein großes Mammuterlebnis für mich und ich muss sagen, klar, die erste Folge, die fand ich ganz beeindruckend, auch gerade so ein bisschen dieses Setting, das ja erstmal etabliert wird, 30 Jahre sind vergangen, welche Figuren sind gerade in welcher Position und so. Ich muss aber sagen, dass ich zu Beginn echt so ein bisschen Probleme hatte reinzukommen, gerade so diese ganze Geschichte mit Raffi und dann später ja auch mit Worf und so, die dann da versuchen, diesen Terroranschlag auf die, ich glaube, Starfleet Academy ist das glaube ich gewesen. Das war ein Recruiting Center. Okay, Recruiting Center, die da irgendwie dann so Licht hinzugebringen wollten, also ich muss sagen, das fand ich doch relativ ermüdend und deswegen war dann mein Eindruck so in dieser Phase der Staffel ein doch recht schwacher. Also irgendwie finde ich, ging es nicht voran und auch so dieses Vorgehen, wie man jetzt hier gegen welchen, ich sag mal, Mafia-Boss vorgehen müsse, das fand ich alles ein bisschen ungeschickt, aber spätestens, wenn dann so wirklich diese eigentliche Handlung in Fahrt kommt, nämlich dann, wenn diese ganze Geschichte rund um die Changelings, also diese Geformwandler, wenn die ein bisschen Licht bekommt, ein bisschen Hintergrund bekommt und da auch so der ein oder andere Überraschung ja letztlich dann auch ans Tageslicht kommt, dann fand ich, ging es los und es war grundsätzlich auch spannend, wie das dann in Richtung Finale lief, wobei auch da, und da werden wir bestimmt gleich noch drauf kommen, gibt es einige Dinge, die mich förmlich erschlagen haben. Ja, das war jetzt so ein bisschen ein Rundumschlag zu meinen Eindrücken und zum Verlauf der ganzen Staffel. Wenn du so von Ups und Downs sprichst in der Staffel, vielleicht kannst du die auch mal so ein bisschen formulieren im Allgemeinen. Welche Ups und Downs hast du denn wahrgenommen? Naja, also grundsätzlich fand ich auch, dass die Staffel stark begonnen hat. Ich fand tatsächlich, dass sie sich immer gesteigert hat, weiter gesteigert hat bis zur vierten Folge. Die vielleicht meine Lieblingsfolge ist, wobei die fünfte, die dann kam, auch schon sehr gut war und da hatten wir tatsächlich noch die getrennte Handlung mit Ruffy und Worf, die parallel eben zur Handlung auf der Titan stattgefunden hat. Das war dann okay und dann schwenkte es quasi um mit den Changelings. Die... Es gibt ein paar Dinge, die mich massiv gestört haben in dieser Staffel. Das hat tatsächlich viel mit Terry Matterlust zu tun. Ich fand, ja, es waren brillante Momente dabei, gerade auch im Zusammenspiel zwischen Patrick Stewart und diversen Figuren. Also Zusammenspiel zwischen Patrick Stewart und Gates McFadden, die Beverly Crusher spielt, die hatten ganz brillante Momente. Oder auch zwischen Patrick Stewart und Jonathan Frakes, also Riker und Picard, die hatten wirklich ganz, ganz tolle Momente. Und dann hatten wir aber auch wieder Dinge, die mich massiv gestört haben und die sich einfach wahnsinnig gestrig anfühlten. So wie der, ich sag's jetzt mal böse, weiße alte Mann, Terry Matterlust, der irgendwie in den 90ern stecken geblieben ist mit seiner Vorstellung von TNG. Da zum einen, finde ich, was die Frauenfiguren angeht, gab's da massive Versäumnisse. Wir hatten zwar in der ersten Folge Beverly Crusher, die da einmal kurz mit dem Gewehr durch die Gegend rennen durfte und so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Badass spielen durfte. Und wir hatten Ruffy, die, finde ich, auch eine ganz schöne Wendung genommen hat. Aber im Grunde sind die ganzen alten TNG-Leute, auch Beverly dann ab Episode 3, zurückgeworfen worden eben auf ihre alten Rollen, die sie in TNG hatten. Was bedeutete, sie hatten entweder gar nichts zu tun oder aber sie sind nur irgendwie, als Diana zum Beispiel ist am Anfang nur zweimal auf dem Bildschirm aufgetaucht und da einmal als meckernde Ehefrau und einmal als meckende Mutter. Ja, ich meine, du reduzierst die Frauenfiguren einfach runter auf Klischees. Und diese Klischees, die haben wir immer wieder gehabt. Es hat mich zum Beispiel auch wahnsinnig gestört bei Jordi und seiner Tochter. Ich hab das so empfunden, die haben Dinge aufgebaut, die sehr, sehr schön waren und dann haben sie sich umgetreten und haben sie mit dem Arsch grad wieder eingerissen. Und dazu gehört, also ein Beispiel ist Jordi mit seinen Töchtern. Und zwar gibt es da die Geschichte, dass er, PK sagt, er hilft ihm nicht, weil er Angst hat, dass seine Familie angegriffen wird von den Changelings. Und dann sagt seine Tochter, also dann hat er ein Gespräch mit seiner Tochter und seine Tochter sagt, Mensch Papa, du hast mich doch mit diesen Werten, denen ich jetzt folge, erzogen. Warum folgst du diesen Werten selber nicht? Und dann ist Jordi von seiner eigenen Tochter inspiriert, doch wieder seinen alten Werten zu folgen. Und ich finde diesen Gedanken so schön, dass man von seinen eigenen Kindern inspiriert werden kann. Und quasi wieder, wieder sich treu zu werden. Und das fand ich einen so wunderbaren Gedanken. Und in der gleichen Folge, keine 30 Sekunden später, hast du einen Jordi, die dann plötzlich sagt zum Sohn von PK, und du lässt deine Finger von meiner Tochter. Und ich dachte, hallo, sind wir in den 50ern angekommen? Oder was? Also du hast auf der einen Seite was ganz Tolles, was irgendwie sich neu und frisch anfühlt. Und dann geht es wieder in diese Klischees zurück. Ja, wo ich denke mir, hallo. Und das ist halt so typisch Matallas. Ich weiß es nicht. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann hatte ich auch noch massive Probleme mit diesem ganzen Genozid-Thema, das überhaupt nicht ernst genommen wurde. Richtig hatte ich das Gefühl. Denn es ging um die Changelings als Bösewicht. Es gab dann eine Folge, wo die Motivation der Changelings besprochen wurde. Wir hatten Vedic als Bösewicht. Und da stellte sich raus, die ist während des Krieges gefangen genommen worden und gefoltert worden. Das Ganze hatte tatsächlich, ehrlich gesagt, schon in mir löste das Nazi-Assoziationen aus, also Dr. Mengele und so weiter, so wie das berichtet worden ist. Und das ist irgendwie überhaupt nicht ernst genommen worden, hatte ich das Gefühl. Stattdessen hatten wir dann plötzlich da eine Beverly, die sagte, ja, und vielleicht sollten wir auf die biologische Ebene runterbrechen und ein Virus schaffen, so wie wir das ja übrigens schon mal hatten, um die Changelings anzugreifen. Das wäre zwar Genozid und das wäre zwar vielleicht ein Problem für mich, aber wenn es um meinen Sohn geht, dann mache ich das. Und genauso ja auch Picard. Und die beiden haben sich tatsächlich an einer Stelle in der Staffel dazu entschieden, die Vedic, die sie dann gefangen hatten, die völlig hilflos, ohne unbewaffnet in einem Gefängnis quasi saß, die einfach zu erschießen, weil es leichter ist, weil sie dann ihren Sohn retten. Das ist für mich kein Argument. Das ist für mich auch nicht Picard. Picard, den wir durch die ganzen sieben Staffeln TNG dabei beobachtet haben, wie er es auch noch mit dem bösesten Bösewicht diskutiert hat, wie er noch versucht hat, eine friedliche Lösung zu finden. Und dann, wenn es um seinen Sohn geht, schmeißt er plötzlich alle moralischen Bedenken, die er sein ganzes Leben lang gehabt hat, über Bord und erschießt eine wehrlose Gefangene. Das ergibt für mich absolut null Sinn. Das ist für mich total out of character. und da könnte ich mich drüber aufregen. Und solche Dinge, das passt für mich nicht. Ich lasse es mir ja noch halbwegs gefallen, wenn es um Beverly geht, weil sie die Mutter darstellt, aber für PK geht das für mich halt überhaupt nicht. Und dann eben dieser Genozid-Gedanken nach dem Motto, ja dann schaffen wir halt nochmal ein Virus und löschen halt einfach mal alle Changelings aus und es hat keine Konsequenzen, keiner sagt was, keiner legt irgendwie Widerspruch ein und im Fenden war es genauso. Ich habe das Gefühl, keine Sache interessiert ist. Nach dem Motto, ja Gott, sind ja Bösewichte, die können wir halt alle mal auslöschen, ist ja kein Thema. Das ist doch nicht Star Trek. Also ich stünde dir auf jeden Fall zu, dass da einige Sachen drin sind, die auch irgendwie nicht zeitgemäß sind. Ich hatte es ja vorab schon in diesem internen Chat, den wir hatten geschrieben. Ich finde, es gibt relativ viel so gut gegen Böse. Diese grauen Schattentöne, die kommen da gar nicht so raus. Du hattest jetzt explizit diese Changeling-Geschichte angesprochen, dass die ja auch, die haben ja einiges erlebt. Ich meine, das Volk ist ja nun wirklich auch mit diesem Virus, ich habe das nur noch dunkel in Erinnerung, ja quasi auch an, also von der Existenz bedroht gewesen und ich weiß auch nicht mehr genau, wie dann das damals bei Deep Space Nine mit dem Gegenmittel, da alles zustande kam. Aber Fakt ist, dass dieses Volk gelitten hat und dass die jetzt, glaube ich, ja auch nur eine Terroreinheit waren. Die sind ja nicht stellvertretend für das gesamte Changeling-Volk gewesen und dass es da vielleicht auch noch Gegenstimmen innerhalb des eigenen Volkes geben wird, ja. Dass also nicht einfach nur ganz klar Schwarz und Weiß, Gut und Böse da in dem Fall konstatiert ist, das hätte man schon irgendwie darstellen können. Gerade auch, weil es unterm Strich, nachdem man alle zehn Folgen jetzt gesehen hat, auch so ein bisschen egal ist. Es war halt alles ganz nett mit diesen Changelings und so, aber eigentlich, im Nachhinein, ist es völlig egal. Weil es hat so diese großen Zusammenhänge, diese großen Story-Teile, das, was hinten bei rauskommt, dafür war es total egal eigentlich. Und da stimme ich dir schon zu, ja, das mit dem Frauenbild, das ist mir insofern auch aufgefallen, aber vielleicht sogar ein Stück weit positiver. Ich finde, diesen Fehler machen Sebastian was da hat er glücklicherweise aber schon länger nicht mehr, Frauen so sehr körperbetont auch anzuziehen. So sehr eng, so sehr viele kurze Röcke. Wir hatten ganz im Gegenteil tendenziell sogar auch hier mal vermutliche Männer in irgendwelchen Röcken, in anderen Serien, aktuellen Serien gesehen. Aber, dass jetzt Frauen hier enge Kleider tragen müssen oder wie gesagt, sehr körperbetont oder mit Ausschnitt oder so, das haben wir zum Glück nicht mehr. Ich finde, da ist denen schon ein Stück weit eine Modernisierung irgendwie auch gelungen. ja, und so insgesamt, ja, weiß ich nicht, es hätten auf jeden Fall mehr Frauenfiguren noch sein dürfen, denn gerade die, die dann so eingeführt wurden, also jetzt beispielhaft die beiden Töchter von Jordi, die du genannt hattest, die sind ja so zeitweise wieder auch so ein bisschen auch egal, weil dann das, was die so erleben und das ist nur sehr eindimensional, ganz woanders stattfindet und eigentlich auch keine richtige Rolle spielt. Das sind so meine Eindrücke zur Frage, ja, wie werden Frauen beispielsweise dargestellt? Aber nur, weil Frauen nicht mehr à la Bourbon Track in die hautengen Catsuits gepresst werden, so wie Seven of Nine das ja jahrelang durchlitten hat. Die hat's gehasst, die hat's glaube ich gehasst. Ja, 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 Space Babe halt. Und, ähm, aber nur, weil das nicht mehr gemacht wird, heißt das nicht, dass die Rollenfiguren nicht trotzdem gestrig sind. Denn, äh, du wirst zurückgeschmissen auf Mutter und Ehefrau, in dem Fall auch noch Meckern der Mutter und Meckern der Ehefrau. Und es gibt zwar ein, zwei, ähm, Lichtblicke zwischendrin, also zum Beispiel Beverly hat am Anfang ja noch relativ tatkräftig mitgeholfen und dann aber in Folge drei ist sie schon wieder, ich sag mal, runter reduziert worden auf ihre Rolle als Ärztin. Dann durfte sie noch einmal eine Autopsie durchführen und ansonsten ist sie die ganze restliche Staffel nur im Bild gestanden und hat gesagt, Jack, oh mein Gott, mein Sohn, Jack, oh mein Gott, mein Sohn. Und ich denk mir nur so, what the fuck? Weißt du? und also, ja, es stört mich halt und Diana, die durfte im Grunde bis ganz am Schluss auch nicht mehr, auch nicht wahnsinnig viel machen, die hatte dann wenigstens noch einen ganz schönen Moment, aber auch da wieder, ähm, es muss, und da wieder auch diese Klischees, ja, es muss also ein weiblicher Counselor eine Picardie Hand halten und ihn zur Tür führen und, weißt du, also das hatten wir auch schon in Staffel zwei übrigens, apropos neue Ideen und so, äh, und muss ihn dann zur Tür führen und muss dann da auch reingucken, ja, aber es ist auch die gleiche Situation, eine dunkelhaarige Frau muss einen Picard quasi da hinführen, das ist haargenau, die gleiche Geschichte, die wir in der zwei auch schon hatten und solche Dinge, also ich, ich weiß nicht, sowas, es waren, es waren einige Momente drin oder einige solche Klischees, die halt, wie gesagt, sich sehr, sehr nach 90ern anfühlten und, und, ja, auf jeden Fall, gerade bei Diana Troi, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, da bin ich so bei dir, ich hab die Marina Sirtis mal auf einem Live-Panel gesehen bei einer Con und die, die ist ja echt nicht auf den Mund gefallen, ne, also was die raushaut, das ist schon teilweise unter der Gürtellinie, aber durch und durch unterhaltsam, die Frau ist tough, die ist smart und die gibt auch Paroli und die kontert auch, ja, und das kann sie, das ist, das ist, das ist überhaupt nicht das, was sie hier als Troi präsentieren kann, ganz im Gegenteil, wie du schon sagtest, sie hat dann teilweise sehr eindimensionale Darstellung und gerade wenn man noch so, wenn ich nochmal so ein bisschen drüber nachdenke, in den finalen Szenen, da kümmert sie sich dann lieber parallel gelangweilt, wie sie halt gerade so ist in ihrer Session, um die Urlaubsziele, die sie zusammen mit, ähm, den jetzt mit ihrem Geliebten da irgendwie ansteuern will, wollte das halt vielleicht eher ins Bild passen, also stimmt schon, was du da sagst, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall nicht falsch, aber zum Beispiel unsere Seven, die ist doch tough, oder nicht? Seven hat zumindest eine etwas bessere Rolle gekriegt, das ist schon richtig, also sie hat zumindest eine Entwicklung gemacht, ich fand auch, ich fand Seven und Ruffy waren eigentlich die beiden Ausnahmen, was die Frauenfiguren eben anging, in dieser Staffel, das tatsächlich schon, äh, grundsätzlich ist es so, die ganze Staffel hat ja wahnsinnig viel Nostalgie drin, nicht nur, weil eben diese TNG-Crew wieder zusammenkommt und man halt einfach die alten Charaktere wieder trifft, die man sehr liebt und an denen man hängt, sondern da sind ja auch noch andere Dinge, es wird ja auch die Enterprise D nochmal ausgepackt, wo dann wirklich, äh, ich tatsächlich auch nicht außen vor bin und da sitze und meine Gänsehautmomente habe und denke, oh mein Gott, ja, also man fühlt sich ja doch irgendwie zu Hause und weil bei mir es auch die erste Serie war, die ich überhaupt gesehen habe von Star Trek jemals, das heißt, es gab so vieles, woran ich auch anknüpfen konnte und das war purer Fanservice, aber diese Nostalgie, die hat für mich funktioniert und das Problem ist glaube ich, dass das hier dann eben durcheinander geschmissen wird, weil viele sagen, sie lieben diese Serie so sehr und ich habe Bedenken, dass sie sie nur lieben, weil sie eben diese ganze Nostalgie lieben, aber das bedeutet ja nicht und das ist hier kombiniert mit meistens gutem Writing, auch wenn ich jetzt ganz viel gemeckert habe, es gab auch viele positive Dinge, aber es ist eben nicht die Nostalgie, die die Serie gut macht, sondern es ist das Writing, das die Serie gut macht und ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt alle denken, dass die Nostalgie ist der Schlüssel dazu, Erfolg zu haben und die Star Trek Serien, die dann jetzt noch kommen, einfach auf Nostalgie getrimmt sind und das hoffe ich inständig nicht, das möchte ich nicht. Ich möchte auch keinen, jetzt werden mich alle hassen, ich möchte kein Star Trek Legacy haben, ich möchte keine Star Trek Legacy Serie, alle schreien ja jetzt, nachdem sie das gesehen haben, sie wollen eine Star Trek Legacy Serie auf der Titan, mit entweder Seven als Käpt'n oder mit Shaw als Käpt'n oder wie auch immer und ich möchte keine alte Brühe aufgewärmt haben. Das war jetzt mal schön mit TNG und das reicht mir dann aber auch. Ich brauche da keine komplette Serie von. Wäre es denn nicht gut, wenn sie schon so eine Serie machen würden, aber das dann echt nicht so vollladen würden mit diesen Easter Eggs und Cameos. Also gerade die neunte Folge, die ist ja nun wirklich extrem, also wirklich extrem, extrem und Folge 8 und diese Folge 7 hat ja auch schon ganz viele von diesen Momenten für mich drin gehabt, aber so, dass ich kaum noch hinterherkomme mit den ganzen Punkten, die zu verarbeiten, ja, keine Ahnung, wenn da plötzlich irgendwo auch der Name Kirk steht oder irgendwo sehen wir dann doch nochmal die alte Voyager und so und natürlich allem, was in Folge 9 und 10 dann passiert, wenn man das vielleicht einfach ein bisschen runterdampfen würde. Wenn hier und da mal so ein Querverweis drin wäre, so ein bisschen wie bei Lower Decks zum Beispiel, könntest du dir dann so eine Legacy-Serie eher vorstellen? Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir tatsächlich, ich wünsche mir, dass neue Dinge ausprobiert werden, tatsächlich ganz neue Dinge. Und jetzt kommen wir hier zu einem Thema, ich weiß, da gibt es sehr, sehr kontroverse Meinungen im Fandom. Ich finde tatsächlich, dass die einzige Serie von allen neuen Track-Serien, die wir bekommen haben, die wirklich Neues ausprobiert hat und versucht hat, einfach neue Dinge zu etablieren, auch im Fandom, Discovery war. Und ich weiß, viele mögen das nicht und ich glaube auch zu wissen, warum, aber ich mochte es sehr. Und ob diese neuen Dinge, die versucht worden sind, dann geglückt sind oder nicht, das ist eine andere Diskussion. Die sind auch nicht immer geglückt. Aber grundsätzlich, finde ich, haben wir da ganz, ganz viel Neues, Frisches gehabt, was wir so im Fandom noch nicht hatten. Und das ist das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass neue Dinge ausprobiert werden, dass da frische Konzepte auch versucht werden, eingeführt zu werden, und dazu gehören auch, dass andere Personen in den Mittelpunkt gerückt werden. Und, ja, und deswegen finde ich Legacy Track problematisch. Wenn sie jetzt versuchen, Legacy Track zu etablieren, zum Beispiel mit Seven als Käpt'n, könnte ich mir das wenigstens noch einigermaßen vorstellen, weil du eben dann eine weibliche Hauptfigur hast, die in den Mittelpunkt rückt und du vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Perspektive bekommst. Aber ganz ehrlich, die ganzen alten Charaktere auszugraben und dann nur auf Nostalgie zu machen, das will ich nicht. Das könnte ich mir, dann ist mir auch egal, wie viele Easter Eggs und Assoziationen und Verweise dann da drinnen auftauchen. Okay, auch wenn wir gerade tierisch abschweifen, aber so eine Janeway-Serie wäre für dich denn also nicht so interessant? Ich finde Janeway als Figur total spannend, deswegen, ja, aber brauche ich da eine ganze Serie von? Nein. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, wäre eine Anthologie-Serie. Ich möchte gerne eine Anthologie-Serie haben, dann darf Janeway gerne eine Folge kriegen, dann dürfen die Geordi-Töchter eine Folge kriegen, dann darf Seven eine Folge kriegen, von mir aus darf auch Sean eine Folge kriegen, aber ich wünsche mir was, wo du einfach, wie so eine Kurzgeschichtensammlung, wo du einfach ganz viele Aspekte aus diesem Universum beleuchten kannst und dann darf da auch ein bisschen Nostalgie drin sein, aber nicht nur und wenn es aber eine komplett neue Serie sein soll, dann möchte ich was Neues und ich habe auch Bedenken, ganz ehrlich, jetzt ist ja auch gesagt worden, dass eine Academy-Serie kommt, dass das auch wieder nur in so eine bestimmte Kerbe haut und ja, also ich will nichts im Vorhinein schlecht reden, weil ich werde es auf jeden Fall gucken, aber ich bin skeptisch, ganz ehrlich, ja. Und jetzt Ja, das ist aber genau dieses Ding. Ja, jetzt für PK 3 für die dritte Staffel hat das funktioniert, aber da wusste ich ja eben auch, dass es sozusagen der letzte Schwangesang der TNG-Crew sein wird und dann ist jetzt aber auch Schluss und das Ganze ist abgeschlossen und das ist okay und das war jetzt einmal und gut ist und mehr brauche ich nicht. Ja, die Frage ist noch so ein bisschen, was für die einzelnen Fans Star Trek dann noch bedeutet. Du hattest schon gemeint, die einzelnen Showrunner haben in jeder Staffel PK Star Trek für sich irgendwie anders interpretiert und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem mit dem Fandom. Das Fandom hat Star Trek ganz unterschiedlich kennengelernt über verschiedene Serien, verschieden wahrgenommen und auch verschieden interpretiert letztlich und deswegen kannst du auch nie so richtig alle abholen. Ich meine, das ursprüngliche Star Trek, The Original Series und ein Stück weit auch TNG bei uns in den 90ern hat ja deshalb so eingeschlagen, weil es einfach ständig und konsequent und überall wiederholt worden ist. Weil es halt so lief und weil man halt so wusste, was das für Figuren sind und was die so erleben, was die ausmacht und das halt auch irgendwie egal ist, ob du mal eine Folge mehr oder weniger gesehen hast, wo du schon irgendwie mit der Handlung mitkommst, das hat ja letztlich dafür gesorgt, dass du ein durchaus gesplittertes Fandom auch im Ergebnis hast und deswegen ist es natürlich der kleinste gemeinsame Nenner, wenn du halt Namen droppst, wenn du Gesichter droppst, wenn du einfach wieder Dinge hervorholst, die alle definitiv in irgendeiner Form wiedererkennen. Dabei kann man natürlich auch ganz schön ins Klo greifen, also ich finde insbesondere hier in Folge 9 hat es mich einfach mega erschlagen. Es war mir viel zu viel und ich fand es auch ein bisschen gekünstelt dadurch, ich muss sagen, das hat mir nicht so richtig nicht so gefallen irgendwie, weil da so viele Momente waren, wo du echt gemerkt hast, okay, die sind dafür gemacht, dass man jetzt gerade erstaunt vorm Fernseher sitzt und das alles ganz geil findet, aber das tut es eben nicht. Ich werde es nicht weiter auswählen auf Discovery oder so, da hatten wir auch schon andere Besprechungen hier beim Tele-Stammtisch. Ich möchte allerdings einzelne Figuren durchaus nochmal durchgehen. Auch meine Frage nochmal direkt zu Seven. Du bist ja nun durch und durch Star Trek Fan. Hast du das eigentlich verstanden? Ich hatte das Ende von Voyager und generell, was ich danach kannte, so verstanden, dass sie sich eigentlich von dem Namen Seven of Nine lösen wollte. Sie wollte gern Annika sein, weil sie wieder die menschliche Figur, der Mensch geworden war. Jetzt ist es so, dass sie scheinbar großen Wert drauf legt, dass sie Seven ist. Seven of Nine, sie wird ja auch dann Captain Seven irgendwann genannt. Hat ich das falsch verstanden? Oder wie hast du das gesehen? Ja, also wir hatten ja eine Seven durch Voyager hindurch, die sich ja gesucht hat. Es war ja irgendwie, war ja mit sich nicht wirklich im Reinen. Und es gab diesen kurzen Aspekt, wo sie eben ja auch, von Erinnerung her, hatten wir ja auch mehrere Folgen, wo sie zurückgesprungen ist und sich erinnert hat und wo sie sich dann mit eben Annika Hansen auseinandergesetzt hat, aber dann festgestellt hat, sie ist es eben nicht mehr. Das heißt, es gab ganz kurz in Voyager wirklich die Storyline, dass man das Gefühl hatte, sie möchte vielleicht zurück zu einer Annika Hansen, aber das Resultat war immer, dass sie festgestellt hat, sie ist einfach nicht mehr Annika Hansen. und die Identität, die sie jetzt einfach für sich angenommen und für sich dann auch ausgebaut hat, das war dann schon Seven und das war eigentlich etabliert. Und wenn sie selbst von sich sagt, sie ist Seven und sie sieht sich eben auch als Seven, was ja nicht unbedingt heißt, dass sie sich als Borg sieht, sondern eben als Mischung eben. Also sie hat sich ja weiterentwickelt entsprechend. und sie selbst sieht sich so, dann finde ich es eine absolute Unverschämtheit, dass da ein Sean daherkommt und das nicht akzeptiert. Ich meine, ganz ehrlich, ganz ehrlich, stelle dir das vor, du bist auf der Arbeit und deine Arbeitskollegen, du sagst zu deiner Arbeitskollegin, keine Ahnung, Nicole, und die sagt, nee, Moment, mein Name ist Marianne und dann nennst du die konsequent die nächsten zehn Jahre immer nur Nicole. Hallo? Das geht doch nicht. Also ich meine, also es ist nicht nur, dass es eben hier diese Deadnaming-Geschichte ist, sondern es ist auch einfach, also ich bin absolut unverschämt und das ist auch was, was ich in diesem Star Trek-Universum überhaupt nicht verstehen kann. In meinem Star Trek-Universum kommt das nicht vor. In meinem Star Trek-Universum nehmen die Leute Rücksicht aufeinander, ja, und selbst wenn sie es nicht verstehen, richten sie sich nach der Person, die sich das wünscht und hinterfragen das nicht. Und das erklärt sich auch nicht mit einem Trauma, das ein Shaw hat. Sorry, aber da bist du kein ordentlicher Captain. Das ist sowas gewesen, wo ich echt Probleme mit hatte. Aber nein, ich denke, Seven hat sich als Seven etabliert und wenn sie selber sagt, sie möchte so genannt werden, dann ist es auch einfach nicht zu hinterfragen, Punkt aus. Also das fand ich jetzt... Sie hat sich für ihre Identität entschieden und das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das fand ich dann schon ganz interessant. Was mir auf jeden Fall auch auffiel war, dass am Ende der zweiten Staffel man schon den Eindruck hatte, als wäre das mit Ruffy halt ein bisschen mehr. Okay, die haben sich halt in einer Extremsituation kennengelernt und in der dritten Staffel ist das dann noch so in einer oder zwei Szenen drin. Ich meine, wer das Finale gesehen hat, weiß auch, dass sie jetzt scheinbar ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen können. Aber ich finde so, dieses Gespann aus Seven und auf Ruffy, das ist mir völlig untergegangen. Das spielt quasi gar keine Rolle. Das fand ich sehr schade. Ja, ich auch. Es wurde, ich glaube, absichtlich vage gelassen. Man weiß nicht wirklich, sind sie noch zusammen oder nicht. Ich hätte jetzt gedacht, sie sind noch zusammen, weil Ruffy ja auch eben nicht das Gegenteil behauptet hat. Also ich bin davon ausgegangen, es sind noch ein paar. Aber als sie sich dann auf der Titan ja begegnet sind, war es irgendwie so ein bisschen awkward und ich dachte so, was Moment, das ist irgendwie seltsam. So high five, high, schön, dass du auch da bist. Ja, also es war irgendwie so ein bisschen so, naja. Und ich dachte so, also irgendwas ist da, ist da komisch. Und dann habe ich gedacht, naja gut, auf der anderen Seite, die hat jetzt eine Fernbeziehung. Ruffy ist ja da über ein halbes Jahr in ihrer, also undercover gewesen. Da darf sie ja auch keine Kontakte irgendwie mit ihr haben und so. Vielleicht gab es da ja irgendwelche Unstimmigkeiten. Aber es wurde, glaube ich, absichtlich vage gelassen und zwar aus dem Grund, ich hatte, wie gesagt, das Gefühl, dass Terry Matterloss halt vieles, was in Staffel 1 und 2 etabliert worden ist, nicht gut fand. Das entsprach also nicht seinem TNG-Bild. Und dann hat er versucht, das in Staffel 3 einfach wieder rückgängig zu machen. Und da, wo er es nicht rückgängig machen konnte, aktiv, hat er es einfach vage gelassen. Ich glaube, also das wäre meine Vermutung, dass Matterloss einfach dieses Paar Ruffy 7 doof fand und deswegen in seinem Star Trek, in seiner TNG-Vorstellung, in seiner TNG-8-Staffel nicht drin haben wollte. Und deswegen hat er einfach, ist er da gar nicht mehr drauf eingegangen. Genauso wie ich das Gefühl hatte, dass er zum Beispiel auch, es gab diese eine Szene, wo ja dann Troy und Riker Nepenthe so runtergemacht haben, dass sie gesagt haben, eigentlich finden sie die Planeten blöd und das Haus, in dem sie leben und überhaupt ist alles doof. Und ganz ehrlich, wenn das nicht durch die Blume hindurch ein Zurückrudern der Nepenthe-Folge aus Staffel 1 ist, um im Grunde dem damaligen Showrunner Shabby zu sagen, ich fand die Entwicklung, die du für Troy und Riker da geschrieben hast, scheiße und ich möchte das rückgängig haben, dann weiß ich auch nicht, was es war. Also es ist schon, der hat halt einfach versucht, ganz vieles wieder rückgängig zu machen. Oder auch die ganze Story um Picard und Larry, also seine Freundin, die sitzt ja auch daheim und wartet auf ihn, ja, völlig unter den Tisch gefallen. Die durfte einmal kurz am Anfang auftauchen, damit halt klar ist, ja, die gibt's noch, aber eigentlich gibt's die nicht mehr, ja. Stattdessen haben wir jetzt halt natürlich das große Picard-Beverly-Shipping und ja, ich bin auch ein Shipper und ja, natürlich mag ich auch meine OTPs und was nicht alles, aber ganz ehrlich, what the fuck, so, Punkt. Das sind halt, der hat halt einfach Dinge entweder komplett rückgängig gemacht oder einfach alles ignoriert, was ihm nicht in sein Konzept gepasst hat. Also gerade das mit Laris jetzt, wo du's sagst, das stimmt. Das ist, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Auch die Tochter von, auch die Tochter von Picard und Riker, was ist denn eigentlich, das frage ich mich bis heute, was mit der ist. Und, also, kein Mensch weiß, Diana, ich meine, der Satz, der war sehr schön, als dann, als es dann hieß, so und jetzt gehen wir also, äh, unsere, wir sind für eine Familie und wir gehen sie jetzt alle retten und zu unserer Familie gehören auch Sidney und, ähm, und dein Sohn Picard und überhaupt, also sie nennt ja explizit dann noch die Kinder, nur ihre eigene Tochter, die vergisst sie. Und ich denk so, hallo? Ja, ich weiß auch nicht. Schräg. Es ist, es wird halt einfach ignoriert, was nicht passt. Was ja durchaus eine Figur ist, die einen ganz krassen Wandel durchgemacht hat, ist ja Worf. Worf ist ja, wir kriegen das auch kurz zusammengefasst, was er seit TNG so erlebt hat, er war ja unter anderem auch Captain Enterprise E, wo ihn alle angucken, weil da irgendwas vorgefallen sein muss. Ja, das ist alles Beste. Das ist ja glaube ich, so Beta-Kamon und irgendwie, also er war wohl Captain, aber was genau da so passiert ist, da müsste man wohl die Bücher lesen, ich weiß nicht, ob das offizieller Kanon ist, aber kennst du da Details? Nein, also ich hab die Bücher nicht gelesen, ich weiß aber, wenn wir jetzt von den Serien ausgehen, das ist jetzt ein kleiner Spoiler für Prodigy, aber im Staffelfinale, Staffel 1 von Star Trek Prodigy, da gab's ja diese große Schlacht in der Doppelfolge Supernova 1 und 2 und hinterher, als dann die Kamera so über das Trümmerfeld schwenkte von den kaputten Raumschiffen, da war auch die Enterprise E dabei, die da eben rumschwebte, also gehe ich davon aus, obwohl es nicht explizit gesagt worden ist, dass die Enterprise E, weil da waren ja alle möglichen Schiffe eben beteiligt an dieser Schlacht, in dieser Schlacht war und da eben zu Schaden gekommen ist, aber man weiß es nicht genau. Okay, und dann hat sich Worf ja nun scheinbar, also ein bisschen so Pazifist geworden, also zumindest ein friedliebender Klingone und hat da auch eine ganz eigene Philosophie drum entwickelt, er meditiert und weiß auch den Moment der Ruhe zu nutzen, ist aber dann doch im Kern immer noch ein Klingone, der keinen Abschied kennt, der keine, was noch irgendwas anderes kennt, ich glaube aufgeben kennt er auch nicht, also solche Sachen, die sagt er dann schon, aber es ist eine relativ interessante Entwicklung, er ist auch, natürlich ist der Schauspieler auch ein bisschen schmächtiger geworden, als er das damals noch war, aber ich fand, das war eine relativ interessante Entwicklung, die sie hier für Worf genommen haben, ich weiß noch nicht, ob diese hundertprozentig geglückt ist, aber sie sorgt zumindest für den ein oder anderen Lacher, wie waren da deine Eindrücke? Worf war tatsächlich eine der Figuren, bei der die Entwicklung mir sehr gut gefallen hat, ich fand, das ist sehr gut geglückt hier vom Writing her, es setzt nämlich einfach das fort, was wir von Worf kennen, in TNG haben wir einen Worf gesehen, am Anfang in der Serie, der die ganze Serie hindurch auf der Suche nach sich selber war, der war noch nicht so, der ruhte nicht in sich, der war sich nicht sicher, ist er Klingone oder ist er doch menschlich, gerade auch mit seinem ganzen Hintergrund der Adoption und dem Aufwachsen bei Menschen und so weiter und dann hat er sich ja doch sehr stark eben dem Klingonischen hingewendet und dass er dann seine Klingonischen Wurzeln mehr erforscht hat, haben wir dann in Dias Lein gesehen, da war das ja ganz prominent und jetzt haben wir eben diese 30 Jahre Entwicklung, die dazwischen liegt und da hat er offensichtlich in der Zeit zu sich selber gefunden und ruht in sich und natürlich ist das so ein bisschen Comedy Relief mäßig gemacht, nach dem Motto, oh, wir haben einen Klingonen, der Pazifist ist, aber nein, ich finde, wir haben hier einen Klingonen, der nicht gleich ausrastet, also der es geschafft hat, eine Balance in sich zu finden und sich vielleicht selbst Pazifist nennt, aber der es eben schaffen kann, in Situationen, wo er früher vielleicht Klingonisch-mäßig ausgerastet wäre, jetzt zu sagen, okay, nein, ich mache einen Schritt zurück, atme einmal durch und überlege mir dann, ob ich dann noch mein Schwert auspacke. Also ich finde, es hat der Figur nichts weggenommen. Also er wirkte für mich schon immer noch als vollwertiger Klingonischer Krieger, der im Notfall eben auch sein Backlade auspackt und das haben wir ja dann gesehen. Deswegen die Entwicklung fand ich wirklich wichtig, richtig passend. Dann gibt es ja hier in dieser kompletten Serie über alle drei Staffeln ja zwei Figuren, die eigentlich tot sind oder tot waren und das dann doch irgendwie nicht mehr sind. Also okay, Picard, der Körper von Picard ist irgendwie gestorben und man hat ihn irgendwie dann in diesen, es wird auch mal Golem genannt, aber letztlich in so einen Cyborg irgendwie reingepackt. Ja, genau. Irgendwie so. Genau. Und deswegen ist eigentlich alles wie vorher nur ohne die Krankheit. Warum man da gerade dann so eine Figur nimmt, warum man den nicht ein bisschen, sag ich mal, aufjüngt oder so. Keine Ahnung, ist mir alles egal. Aber ich glaube auch, das wurde in Staffel 1 erklärt. Ja, das wurde erklärt. Und damit glaube ich, ja, egal. Aber in der dritten Staffel ist es ja so, dass dieser Körper nochmal eine kleine, eigentlich völlig irrelevante, aber irgendwie, naja, er spielt eine kleine Rolle, dieser ehemalige Körper von ihm. Aber ansonsten ist das ganze Thema ja gar nicht mehr so relevant und ich glaube, darauf will ich auch gar nicht so darauf hinaus. Vielmehr möchte ich auf Data hinaus. Data ist ja so eine Figur, der ist jetzt mal mindestens schon zweimal richtig gestorben und zweimal so gestorben, dass es eigentlich ein vollwertiger Abschied von der Figur war. Und jetzt haben wir ihn halt wiedergekriegt, in einer modifizierten Fassung, in einer verschmolzenen Fassung. Ich fand, und das ist wie so ein dicker Spoiler hier auch, und dass er wiederkommen wird, war ja klar, aber wie er wiederkommt, das spoilern wir jetzt hier mal. Er ist ja letztlich mit seinem Bruder verschmolzen, Law, und es gibt ja eigentlich auch noch, und das taucht gar nicht auf, obwohl es genannt wird, noch Before. Before taucht nicht auf, obwohl er mit dem verschmolzen ist. Nicht nur Before taucht nicht auf, sondern es wird auch noch gesagt, es steckt auch noch Lahl in ihm und Lahl wird einmal erwähnt, nämlich als Erinnerungsfeil und dann nie wieder. Die fällt apropos Frauen, die rausfallen aus Erzählsträngen. Die ist dann auch plötzlich einfach weg. Also das fand ich ein bisschen schräg, dass die nicht zumindest mal im Hintergrund kurz winken dürfen oder sowas, ja. Also echt, na gut, okay, halt Before. Und da gibt es ja diesen einen Trick, den er dann benutzt, damit er quasi mit ihm richtig verschmelzen kann, aber schon die Oberhand behält und so. Und deswegen ist unser jetziger Data ein modifizierter Data. Einer, der es ohne Emotionschip schafft, irgendwie Zugang zu Emotionen zu kriegen und diese auch erstmalig kennenlernen. Deswegen hat er später auch unter anderem so eine Session mit Diana Troy, dem Counselor. Und ich weiß nicht, ob ich das so geschickt finde. Ich glaube, Brent Spiner hat mehr als nur einmal gesagt, dass er eigentlich keine Lust hatte, diesen alten Data nochmal zu spielen. Er kommt gern zu Star Trek zurück. Das hat er ja auch in Staffel 2 gemacht und hat dann da auch andere Sinks gespielt. Überhaupt, das macht er ja eigentlich ständig in Star Trek, irgendeine Sink-Version zu spielen. Das ist ja so sein Ding. Aber den eigentlichen Dater, den wollte er nicht mehr performen. Und jetzt hat er auch den eigentlichen Dater nicht nochmal gebracht, aber dann doch irgendwie. Also ich weiß noch nicht so genau, ob ich das gut finde, auch wenn natürlich aus dieser Situation immer wieder gewisse komödiatische Momente hervorgingen. Wie hat es dir gefallen? Wie hat dir Data Story hier gefallen in Staffel 3? Ich fand Data Story tatsächlich sehr gut, weil das für mich einfach der folgerichtige Abschluss war einer Entwicklung, die wir durch TNG durchgesehen haben. Data war immer die Pinocchio-Figur. Der Holzjunge, der Mensch werden wollte. Und in dem Fall eben, also der, ich sag mal in Anführungszeichen, Roboter, der Mensch werden wollte. Und der immer danach gestrebt hat. Und das hat immer nie so richtig geklappt. Aus diversen Gründen. Und jetzt endlich hat er im Grunde die Erfüllung gefunden, die er die ganze Zeit, seitdem wir Data als Figur kennen, gesucht hat. Und das eben dadurch, dass alle seine Teile verschmolzen sind. Miteinander. Auch wenn jetzt natürlich Before und Lal nicht mehr genannt worden sind. Aber die sind da natürlich auch mit drin. Und übrigens auch Zoom. Also es waren ja Zoom, es waren ja eigentlich fünf Dinge, die da eben aufgegangen sind. Ich fand das dann im Grunde folgerichtig und tatsächlich auch sehr menschlich, wie das dann vonstatten gegangen ist. Auch wie er seinem Bruder begegnet ist zum Beispiel. Weil Law, ja, also meines Erachtens nach eigentlich ein Dater ist, wie er, wie Dater hätte sein können, wenn er eben ohne Freunde aufgewachsen ist, wäre und ohne, ja, Mitleid und, ja, wie sagt man, ja, Leute, die ihn eben unterstützt haben. Also das war ja genau das, was Law alles nicht hatte. Und Law hatte übrigens den Gefühlschip in sich, weshalb ja dann auch der neue Dater die Gefühle in sich hatte. Also es war nicht so, dass der Gefühlschip ganz verschwunden war. Aber nichtsdestotrotz, also dass es am Ende so war, dass alle zusammengeschmolzen sind und dadurch Dater ja eigentlich das Ultima, das Ziel, das er immer schon hatte, erreicht hat, das fand ich gut. Denn da ist tatsächlich dann am Ende Pinocchio Mensch geworden. Aber, und ich fand es auch gut, dass wir gesehen haben, dass da ein anderer Dater steht, dass es nicht der gleiche Dater ist, den wir kennen. Und zwar nicht nur, weil wir hier einen anderen Körper hatten und der dann eben älter wirkte, sondern ich finde, du hast auch von der ganzen Art und Weise, wie sich die Figur dann gegeben hat, nachdem sie zusammengeschmolzen war, gemerkt, dass das nicht mehr der alte Dater ist. Also die, es fing gleich damit an, dass er viel gewitzter war und viel sarkastischer und Dinge gemacht hat, die Dater nie so in dieser Art und Weise gemacht hätte. Und das fand ich gut. Also das ist auch eine der Figuren und der Entwicklungen, an der ich Freude hatte tatsächlich. Was ich problematisch fand, war, Dater hatte sich ja explizit dazu entschieden zu sterben und hat ja auch Picard darum gebeten, dass er ihn sterben lässt. Ich fand gut, dass sie das dann hier in Staffel 3 nochmal zur Sprache gebracht haben und gesagt haben, Picard hat ja zu Data gesagt, ich hoffe, du hast ja mich darum gebeten, eben den Tod zu erfahren und ich hoffe, das ist jetzt kein Problem, dass wir dich wieder zurückgeholt haben gegen deinen Willen. Und dann hat er ja Gott sei Dank gesagt, nein, das ist okay. Aber eigentlich ist es auch ganz schön übergriffig, jemanden quasi zurückzuholen, der explizit gesagt hat, er möchte eigentlich sterben. Und deswegen fand ich es gut, dass es zumindest nochmal angesprochen wurde. Aber das ist halt echt ein Problem, wenn du verschiedene Leute hast, die halt immer wieder denken, hm, wo können wir die Fans am meisten mit schocken? Ja komm, dann lassen wir Data sterben. Deswegen ist er jetzt diverse Male gestorben. Also diese zweimal sterben hätte es eigentlich nicht gebraucht, um dann jetzt diesen Abschluss zu kriegen. Aber der Abschluss, wie gesagt, gefällt mir. Ja. Red, red, red. Das sind immer so lange Kommentare. Ja, sorry. Nein, 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 nein. Das ist absolut, ich finde das auch wahnsinnig spannend. Und ich glaube, wir sind jetzt die Charaktere alle zumindest einmal im Grobdurchlauf durch. Wobei, einen hätten wir noch. Und da weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, ich finde es schon okay. Nämlich den Sohn von Picard. Ach so, ich dachte Jordi. Wir haben ihn jetzt. Ja, Jordi, ich weiß nicht, aber Jordi, wir hatten die Töchter ja schon erwähnt und er ist jetzt quasi, er gilt als der geilste Ingenieur von der ganzen Sternenflotte, aber das wussten wir alles vorher irgendwie auch schon, dass er jetzt halt das Museum betreuen darf. Ja. Wir haben dran, Glückwunsch. Ich meine, er ist halt weiterhin einfach ein toller Typ. Er hat auch so einen ganz spannenden Titel irgendwie. Wie hieß das? Nicht irgendwas? Commodore. Commodore. Genau, genau. Er hat auch als einziger diese schwarzen Kragen mit diesen Ingenieurzeichen, von denen ich mich bis heute frage, was die eigentlich sind. Also es konnte mir noch keiner beantworten, aber ja, stimmt. Aber eigentlich geht es mir tatsächlich um den Sohn und das ist ja so ein bisschen, du hattest gemeint, eine Legacy-Serie willst du nicht sehen, aber was die Serie oder Star Trek aktuell für mich auf jeden Fall schafft, ist es, mir verschiedene Crews zu präsentieren, von denen ich dem Grunde nach wissen möchte, wie es weitergeht. Und es gibt ja auch so verschiedene, ja einfach, Zeitebenen, in denen Star Trek aktuell spielt. Wir haben in Strange New Worlds natürlich also alles noch vor Kirk, was halt so tendenziell auf Klassik getrimmt ist, aber halt mit dermaßen vielen modernen Einschlägen, dass es eigentlich kein klassisches, kein klassisches Retro mehr ist. Ich wollte es nämlich gerade sagen, Strange New Worlds ist eigentlich, weil ich gesagt habe, ich möchte eigentlich gar nicht so viel Nostalgie, Strange New Worlds ist schlichtweg Toss-Nostalgie. Während wir hier TNG-Nostalgie hatten, ist Strange New Worlds Toss-Nostalgie. Aber Strange New Worlds macht im Gegensatz zur Staffel 3 von PK einige Dinge sehr viel richtiger, weil ich finde, dass sie sehr viele moderne Konzepte mit reingebracht haben, die TNG nicht hatte. Also da, wo ich das Gefühl hatte in der dritten Staffel, es ist gestrig und es werden einfach alte Klischees erfüllt, da finde ich, schafft es Strange New Worlds doch moderne Konzepte zu bedienen. Obwohl, und da muss man wirklich sagen, obwohl beide, auch PK und natürlich auch, einen weißen, männlichen Käpt'n wieder zentral in der Mitte haben. Was eigentlich, ehrlich gesagt, langweilig ist. Das hatten wir schon tausendmal. Also ich finde, deswegen fand ich es übrigens auch großartig, dass gesagt wurde, dass Worf Captain Enterprise E war. Denn die Enterprise ist ja immer noch das Flaggschiff von Starfleet. Das ist also das Wichtigste, das Tollste, das Beste Schiff. Und da setzen sie einen Klingonen als Käpt'n hin. Also von einer Alienrasse, mit der sie viele, viele Jahrzehnte im Krieg gestanden haben. Also wenn das nicht ein wunderbares Symbol auch ist, deswegen fand ich es großartig, dass sie das hier etabliert haben. Aber das nur kurz am Rande. Ja, also das zu Strange New Worlds im Vergleich zu Picard. Weil eigentlich haben beide Serien ganz viel gemeinsam und trotzdem, finde ich, fühlt sich Strange New Worlds frisch und modern an und Picard 3 eben nicht. Gerade weil Strange New Worlds immer auch mit einem gewissen Augenzwinkern daherkommt. Ich möchte nur an die Folge erinnern, wo sie alle in irgendwelchen Kostümen rumrennen und einen auf Mittelalter oder Fantasy machen. Also die wissen halt genau, dass man, das gab es ja in Star Trek immer schon, auch mit solchen Folgen kommen muss, auch mit einem gewissen, wie gesagt, Augenzwinkern daherkommen muss. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist, dass wir, wenn wir aktuell Star Trek haben und die Zukunft von Star Trek, die steht angesichts der schwachen Zahlen bei Paramount auch nicht unbedingt rosig aus, ist ja schon so, dass wir generell potenziell die Möglichkeit haben, hier verschiedene langfristig interessante Geschichten noch zu erleben. Ich lese parallel zu diesen Serien, die ich hier gucke, natürlich auch immer noch die Comics, die es aktuell gibt und auch da sind viele tolle Geschichten mit dabei. Es ist aber hier zum Beispiel so, dass wir hier jetzt einfach endlich in der Zeit angelangt sind, die ich nach Voyager eigentlich unbedingt sehen wollte. Ich wollte wissen, wie geht es nach Voyager weiter und das ist das, was mir hier präsentiert wird. Wir haben ein sehr abgespacedes, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, Star Trek, tausende Jahre in der Zukunft mit der Discovery Crew, die jetzt auch demnächst ihre letzte Staffel ja bekommen wird, wo ich auch mal gespannt bin, was da noch passiert, wo man sich auch zumindest technisch nochmal einiges gewagt hat, ohne da tatsächlich ja auch wieder großartige Sprünge zu machen. Also auch da bin ich gespannt, mal zu gucken, was kommt. Und so haben wir das hier in verschiedenen Ebenen. Also ich persönlich könnte mir schon auch sehr gut vorstellen, hätte auch ein gewisses Interesse daran, zu wissen, was mit den Figuren und gar nicht mal den TNG-Figuren, sondern generell den Figuren aus dieser Zeitlinie hier nach PK Staffel 3, was mit denen noch so passiert, wie es weitergeht. Und da hätte ich doch die große Hoffnung, dass man zumindest, was zum Beispiel das Gegner, die Gegner angeht, die Bösen quasi in der Staffel, da sich mal ein bisschen was wagt. Ich hatte es schon noch an anderer Stelle geschrieben. Früher waren es die Klingonen und sonst nicht, was nicht alles. Jetzt sind es die Romulaner und die Borg oder so, die uns halt in Staffel 1, 2 und 3 dagegen entgegen kamen. Aber da könnte ich mir tatsächlich mal so ein bisschen was Neues vorstellen, dass man es da vielleicht schafft, zum Beispiel etwas Ähnliches wie den Marquis zum Beispiel, der hier in Staffel 3 nur eine ganz kleine Rolle gespielt hat, sowas mal wieder mehr in den Vordergrund zu rücken, dass halt eben auch innerhalb der Sternflotte nicht alle das selbe, gleiche Perspektiven, eine gleiche Moral und eine gleiche Ethik haben. Du hattest gemeint, deine Moral und Ethik von der Sternflotte, die in deiner Sternflotte existiert, das und das Vorgehen und der und der Umgang miteinander in der Form nicht. Aber, und das haben wir schon gesehen, das haben wir auch in Staffel 1 von Picard gesehen, als er sich erstmal, also halt mal wieder ein Schiff brauchte, um auf Reisen zu gehen. Nicht alle sind so begeistert von dem Vorgehen unserer großen, großer Helden hier. Nicht alle finden das toll und nicht alle vertreten dieselben Werte und so. Und ich glaube, daraus könnte man tatsächlich noch ein paar ganz interessante Dinge spinnen, die halt eine Handlung, ob wir interessant sein, machen könnten. Auch zum Beispiel in einer Section 31 Serie dieses Jahr, wie es jetzt aktuell scheint, die aktuell wohl auf Eis liegt. Also ich will kurz, will nur sagen, die potenzielle Zukunft aller mir bekannten Star Trek Serien finde ich dem Grunde nach gerade sehr interessant. Geht dir das ähnlich? Ja, und deswegen auch meine Bedenken, dass hier auf Nostalgie gesetzt wird und eben nicht mal was Neues ausprobiert wird. Die Section 31 Serie ist zum Beispiel auch eine Serie, die ich finde, die hat mit das größte Potenzial, aber ich denke auch, die wird erst mal auf Eis gelegt, einfach weil Michelle Yeoh jetzt wahrscheinlich so viele andere Dinge macht. Es sei ja auch gegönnt, dass sie diesen großen Erfolg jetzt auch gerade hatte mit ihrem Oscar-Gewinn und so weiter. Aber dadurch wird es natürlich, glaube ich, echt erst mal auf die lange Bank geschoben. Ja, ich würde mir das schon wünschen. Die Frage ist natürlich, du hast mich gefragt, ob ich mir Legacy Track vorstellen könnte beziehungsweise vielleicht eben Abenteuer auf der Titan oder wie auch immer. Wie ist es denn bei dir? Also würdest du denn, wenn du sagst, dieser Zeitraum ist der Zeitraum, den du spannend findest, würdest du dir denn jetzt einfach eine Serie, als eine Spin-Off-Serie von PK Staffel 3 wünschen, wo zum Beispiel eben Seven Captain ist? Oder wir haben ja dann auch jetzt gesehen, dass der Sohn ja auch Mitglied, also ist ja auch dann jetzt auf der Enterprise, nicht auf der Titan mehr, ist jetzt die Enterprise. Genau, genau, genau. Genau, also würdest du dir einfach jetzt eine neue Enterprise-Serie wünschen mit Seven als Captain und Ruffy und Jack? Grundsätzlich würde ich mir die wünschen, ja. Ob die Seven of Nine da regelmäßig dabei ist oder nicht, also ich mag die sehr, ich mag die Figur, ich mag die Terry, auch die Schauspielerin mag ich auch sehr gerne, Terry Ryan glaube ich oder so, Terry Ryan. Also ja, das würde ich mir durchaus vorstellen können, ich hätte da gerne auch gelegentliche Auftritte, meinetwegen so ein bisschen Anthologie ähnlich fast schon, aber auf jeden Fall Cameos von Figuren, ich habe mich mega gefreut, dass hier Tuvok zum Beispiel auch mal eine Rolle spielt oder so, ich finde das einfach toll, ich mag Voyager und aber halt gern auch mit vielen, vielen neuen Figuren und meinetwegen dann auch mit der Kindergeneration, ist mir egal, das hätte ich dann schon gern irgendwie auch sehen wollen, ich finde es grundsätzlich blöd eigentlich, dass man die Titan umbenannt hätte, das hätte für mich auch die Titan bleiben können, das ist glaube ich der Schritt zu viel, den sie gegangen sind, wenn sie diese Serie machen würden, das hätte meines Erachtens nicht sein müssen, also das finde ich dann schon ganz interessant, das kann ich mir durchaus vorstellen, ja und insofern, ja ich meine, da gibt es ja jetzt, es gibt ja auch Post-Credit-Zielen in Staffel 3, was da noch angedeutet wird, was da passieren kann und so und welcher da im Mittelpunkt stehen würde und so, all das sind Dinge, die kann ich mir grundsätzlich gut vorstellen, die möchte ich sehen und das muss man ja wirklich nochmal sagen, das aktuelle Star Trek und das trifft auf Discovery genauso zu, wie es eben hier auf Staffel 3 auch zutrifft, das ist einfach ein wunderschönes Star Trek, das ist absolut wunderschön, alle Raumschlachten gefallen mir, alle Nahaufnahmen, alle wirkliche, das sind ja teilweise, das sind ja, das sind ja herausragend gute CGI-Shots von den einzelnen Schiffen, wenn auch die Enterprise, was ist das, F ist das ja dann, die neueste, wenn die halt da so rumfliegt und so, das sieht schon toll aus, auch wenn ich mich noch ein bisschen schwer tue, damit die von anderen Schiffen zu unterscheiden, weil ich da nicht so drinstecke, aber das will ich alles sehen, davon will ich mehr und mir ist klar, dass das teuer ist, aber ich könnte mir das schon auf jeden Fall vorstellen, nur eben mit vielleicht wirklich interessanten Charakteren, die neue Dinge erleben, da bin ich ein Stück weit bei dir, gern mit vielen Referenzen und Easter Eggs, aber bitte nicht so krass wie in Folge 9. Ich habe noch eine Frage, haben wir jetzt einfach unter den Tisch fallen lassen, aber es stellt sich ja raus, ja die Changelings waren lange Zeit durch die Staffel hinweg die Bösewichte, aber die eigentlichen Bösewichte dahinter oder die Bösewichtin quasi, das sind ja die Borg, beziehungsweise ist die Borg Queen und da ist meine Frage, wie fandest du diese Auflösung? PS, ich fand sie sehr unkreativ und langweilig. Das ist insofern natürlich eine besondere Frage, weil wir am Ende von Staffel 2 ja auch schon diese Borg-Situation hatten. Der Bogen von Staffel 2 wird ja gespannt mit einem quasi Angriff der Borg und dann endet er auch wieder mit genau diesem Angriff der Borg. Aber es sind ja andere Borg, es sind ja das Raffi. Ja genau, zwischenzeitlich ist er Durati dann mit am Start, genau. Und deswegen war das auf jeden Fall irritierend, dass das dann hier plötzlich schon wieder die Borg sind. Die Borg sind wahrscheinlich der bedrohlichste Gegner, den es in Star Trek jemals gab. Das ist schon interessant so. Ob das jetzt anders genug war, als dass es mich jetzt krass überraschen konnte, weiß ich nicht. Ja okay, neuer, viel größerer Borg-Cubus. Wobei ich gar nicht weiß, ob der viel größer war, als die, die wir kennen. Ja okay, irgendeine komisch verstrahlte Borg-Queen. Und ja okay, irgendwie können die jetzt durch die Transwarp-Tunnel wieder fliegen, obwohl das Transwarp-System Ende Voyager eigentlich zerstört worden ist. Okay, akzeptiere ich alles so. Aber ich glaube, jetzt spätestens wird es mir reichen. Ich habe am Ende von Staffel 2 schon gesagt, bitte nicht nochmal die Borg und nicht nochmal die Romulaner. Die Romulaner sind es nicht geworden, die Borg zumindest in einem gewissen Rahmen. Aber das war dann doch, es darf jetzt gern, wenn da noch was kommen sollte, was ganz anderes werden. Und dann bitte auch, ohne dass irgendein PK durch die Tür treten muss. Das wäre echt nicht wichtig. Ich fand es ja eigentlich erfrischend, dass wir die Formwandler bekommen haben. Dann dachte ich, Mensch toll, es wird endlich mal auch ein bisschen was aus DS9 geholt, weil aus Voyager haben wir schon die eine oder andere Figur in den anderen Serien gehabt. Und wie gesagt, jetzt hier TNG und DS9, das war immer so das unbespielte Feld. Da gibt es ja so wahnsinnig viele Dinge, die man einfach auch da noch rausziehen könnte. Und deswegen dachte ich, ach super, Formwandler, finde ich spannend. Und dann war ja die ganze Zeit die Frage, ist da noch ein Bösewicht hinter den Formwandlern oder nicht? Und es stellte sich dann raus, ja, ist es. Und dass das dann aber die Borg waren, das fand ich, wie gesagt, ein bisschen langweilig. Aber natürlich auch deswegen, weil ein Matalas über acht Folgen hinweg eine so hohe Erwartungshaltung aufgebaut hat, dass man das eigentlich nur enttäuschen konnte, ehrlich gesagt. Also es hätte schon jetzt eine wahnsinnige Plotauflösung kommen müssen für mich, damit das wirklich meine Erwartung dann auch erfüllt, die aufgebaut wurde über die Staffel hinweg. Wie fandest du denn jetzt das große Finale, also die Auflösung und ja, also überhaupt generell so dieses große, epische Schlussteil? Hat das deine Erwartung erfüllt? War das für dich ein gelungener Abschluss der Staffel? Oder wie hast du das gesehen? Ich frage mich die ganze Zeit und es geht so ein bisschen mit dieser Frage einher, ob ich die Staffel anders eingeteilt hätte und ob es auch als Film funktioniert hätte. Ich glaube, in der PR wurde diese Staffel ja gepitcht, als ein 4010 Filme, 10 Kurzfilme. Und das ganze Ding geht ja auch jeweils circa eine Stunde und es wird dann auch immer ganz spannend mit Chapter sowieso und dann der Titel des Chapters eingeblendet. Das war ganz cool bei dem aktuellen Screener, den wir zur Folge 10 hatten, wenn da steht Chapter 10 und dann mein voller Name. Das war ein bisschen cool, weil der Name mittendrin eingeblendet war. Aber ich frage mich schon, ob das alles so vom Pacing, sagt man ja, ob das so gut gelungen ist. Also gerade, weil ich den Anfang doch dann doch ein bisschen zäh auch fand, bis dann erstmals die Changeling wirklich eine Rolle spielen und dann haben die auch vielleicht mindestens eine Folge zu viel gekriegt oder eine halbe zu viel gekriegt, bis dann ganz am Ende Folge 9 total vollgepackt wird mit allem, was es an Referenzen und wir müssen jetzt gerade irgendwie noch den Karren spannen, also was da noch reingeballert wird und dann Folge 10, was natürlich in einem, machen wir uns nichts vor, für aktuelle US-Science-Fiction-Produktion, so einen typischen Action-Finale endet. Ob ich das so gelungen finde, ich kann verstehen, dass man das so macht, weil man natürlich irgendwie, du musst das US-Publikum abholen, das heißt, es darf nicht zu komplex sein, es muss schön aussehen und es muss relativ viele Referenzen geben, die sie alle wiedererkennen. Deswegen finde ich es grundsätzlich nachvollziehbar, dass die Entscheidungen so gefallen sind. Es ist alles ein bisschen sehr episch, alles ein bisschen sehr schnell dann auch gelöst worden, auch gerade so die Frage, wie man zum Beispiel wieder diesen Borg-Code aus der DNA, der ja letztlich ja auch, genau genommen ja auch der von über 25 wieder rauskriegt. Das wird dann so mal eben im Halbsatz erwähnt, ja. Also die große Schlacht, alles explodiert, okay, zack, wir haben ähnlich wie bei Independence Day quasi den Virus in dem Fall rausgenommen und nicht reingeschleust, deswegen ist alles wieder in Ordnung und jetzt müssen wir halt noch so ein bisschen Nachgeplänkel aufräumen und dann bringen wir noch zwei, drei Credit-Scenes oder End-Szenen, die halt potenzielle Zukunft von Star Trek erläutern. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also vielleicht wäre es eine gute Idee gewesen, zwei Staffeln draus zu machen, weiß ich nicht, nur so ins Blaue geraten, ich weiß auch nicht, ob der Patrick Stewart das so mitgemacht hätte, aber vielleicht eine Staffel meinetwegen aus fünf, sechs Folgen mit, an dessen Ende die ganze Crew wieder etabliert ist und dann in einem zweiten Teil, meinetwegen auch in einem abschließenden Film, dann diese ganze Finalhandlung mit den Borg und mit dem finalen großen Kampf und dem Richten der Sternflotte gegen die Erde und so. Vielleicht wäre das ein besserer Weg gewesen, damit es sich runder anfühlt, aber das wäre wahrscheinlich betriebswirtschaftlich ein Fehler gewesen. Joa, insofern von mir ein Okay zur Frage, wie das abgelaufen ist vom Handlungsverlauf her. Ja, ich hatte auch Probleme mit dem Pacing tatsächlich. Ich finde, man hätte die Staffel auf sechs Folgen runter reduzieren könnten und dann eben mit einem langen Finale. Das hätte gereicht, denn man hat deutlich gemerkt, gerade in sechs, sieben, beziehungsweise in sieben, acht und dann jetzt auch neun, man hat gemerkt, dass da einfach die Handlung künstlich langgezogen wird. Das hätte man auch alles durchaus in eine Folge eng packen können und gut wäre gewesen. Ja, aber ich denke, du hast schon recht, es hängt halt damit zusammen, dass die halt immer ihren Zehn-Episoden-Story-Arc beibehalten wollen. Ja, und das Ende, naja gut, es war passend zur Staffel, also in Canon hat das funktioniert. Klar, es hatte auch wieder ein paar Logiklöcher, über die Logiklöcher in dieser Staffel, glaube ich, kann man lange sprechen, aber ja, also für mich war das Finale okay. Also es war wirklich nur okay. Es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig doll vom Hocker gerissen. Es war unterhaltsam, das kann ich für die ganze Staffel sagen. Egal, wie viel ich jetzt hier gemeckert habe, aber grundsätzlich fand ich es unterhaltsam und auch das Ende fand ich unterhaltsam und was möchte ich mehr von einer Serie als gut unterhalten werden. Ja, natürlich möchte ich ein bisschen mehr, aber so grundsätzlich hat es zumindest den kleinsten gemeinsam, die kleinste Anforderung, die ich habe an eine Serie, die hat es auf jeden Fall erfüllt. Und, ja, hm, nachdem ich ja schon die Auflösung in dieser neunten Folge mit wer jetzt hinter den Changelings steht als Bösewicht enttäuschend fand, war mir klar, dass das Finale wahrscheinlich auch nicht viel besser wird. Aber es hat das erfüllt, was es aufgebaut hat. Liebe Britt, gehe ich da zurecht in der Annahme, dass wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich durch sind mit unserer Besprechung haben wir alles gesagt. Ich will einfach nur noch mal betonen, wie gesagt, ich habe das Gefühl, wir haben ja einfach nur die ganze Zeit rumgemeckert. Ich möchte einfach auch noch mal betonen, es gab auch wirklich einige Highlights in der Serie. Ja, also es gab Figuren, deren Entwicklung mir gefallen hat. Ich finde, Patrick Stewart hat, wie gesagt, ganz, ganz großartig gespielt. Jonathan Frakes, Brent Spiner, die haben sich die Seele aus dem Leib gespielt. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab, es waren ganz, ganz tolle Sachen dabei und es war ein wahnsinnig hohes Produktionsniveau, das hast du ja auch schon gesagt. Also Bilder, auch Soundtrack, Musik hat mir wahnsinnig gut gefallen, war auch sehr retro, aber das hat ganz gut funktioniert auch. Also es gab auch ganz, ganz viele Highlights in dieser Serie und nicht nur Lowlights, aber ja, viel Licht und viel Schatten eben. Absolut, da schließe ich mich voll und ganz an. Ich habe diese Serie, das ist ja typisch dieser Star Trek-Fluch, wo ich sagte, ich habe sie mir möglichst im Stück angeguckt, weil mein Herz das sonst nicht aushält, im tiefsten Herzen, ich wurde auch nicht zu krass gespoilt, über das Netzte hatte ich Glück. Das war eine Serie, die hätte ich sowieso irgendwann geguckt, ich kann gar nicht anders, egal was Star Trek mir präsentiert, ich gucke es mir definitiv an und so auch hier, ich möchte die dritte Staffel auch vor allem denjenigen empfehlen, die Staffel 1 und 2 vielleicht gar nicht so gut fanden, die jetzt hier auf jeden Fall nochmal einen Blick reinwerfen sollten, weil es eben aus meiner Sicht auf jeden Fall anders ist als die ersten beiden Staffeln und vielleicht einfach im ehesten noch dieses Retro-Ding bedient für Leute, die mit TNG einfach aufgewachsen sind vielleicht sogar, also da auf jeden Fall meine Empfehlung, es hat dafür gesorgt, dass ich mehr sehen möchte, egal was, alles und denke auch, dass es hier wahnsinnig viele tolle Szenen gibt, wenn ihr halt einfach im Hintergrund mal einen Namen lest, der, oder einen Bezug seht, der eigentlich nicht direkt aufs Auge gedrückt wird, aber den ihr halt selbst wiedererkennt, ja, wenn ihr auch dieses, wie heißt sie, Roe Laren oder was, diese, das ist toll, die Bajoranerin, ich habe TNG vor gar nicht allzu langer Zeit das zweite Mal beendet und da habe ich diese Figuren dann alle noch präsent ein Stück weit und deswegen ist es schon schön, dass da solche Sachen auch wieder auftauchen, deswegen von mir grundsätzlich auch auf jeden Fall eine Empfehlung für Staffel 3, die für mich persönlich die beste von den dreien gewesen ist. Gerd, von dir noch ein paar abschließende Worte und dann gehören generell auch die letzten Worte dieses Podcasts, dir liebe Britta-Marie. Ich war froh, dass sie Patrick Stewart zurückgeholt haben und dass er gesagt hat, ja, ich mache das nochmal und dass wir tatsächlich auch eine Entwicklung gesehen haben, was diese Figur Picard angeht, also dass St. Picard ein bisschen von seinem Sockel auch runtergeholt wurde, das hat viele gestört, aber ich fand das wirklich gut, dass wir einfach eine Entwicklung gesehen haben und ich hatte grundsätzlich an dieser dritten Staffel meine Freude und wurde unterhalten und man meckert ja eigentlich nur über Dinge, die einen irgendwie auf jeden Fall emotional mitnehmen und das hat es auf jeden Fall geschafft. Deswegen kann ich auch sagen, so wie du, schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Ob das die beste war aus der ganzen PK-Serie, weiß ich nicht. Ich fand tatsächlich Staffel 1 sehr stark bis zum Finale, das Finale hat mich enttäuscht, aber grundsätzlich schwage ich so ein bisschen zwischen 1 und 3, aber 3 hat natürlich diesen neuen Nostalgie-Wohlfühlfaktor gehabt, weil ich natürlich dann auch glücklich war, meine alten Helden wieder zu sehen und ach, die Enterprise Ds war schon schön, auch wenn ich ein bisschen meckere über Nostalgie, aber der Fanservice, der funktioniert und wenn man Star Trek nicht so kennt und TNG nicht so kennt, dann kann man es aber trotzdem schauen, da hast du schon recht. Deswegen schließe ich mich an und ja, hat mich gefreut, das mit dir hier einmal alles durchzuquatschen. Mich auch, liebe Britt-Marie. Wenn ihr mehr Details wollt, dann hört auf jeden Fall rein bei TrackGasm, dem Star Trek-Podcast, bei dem die Britt-Marie mit am Start ist und hinterlasst gerne auch Kommentare auf Social Media oder eben auf unserer Website, freuen wir uns drüber, macht Spaß, wir tauschen uns gern mit euch aus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.